Vier, hahaha, willkommen zum vierten Tag der Planet Film Geek Challenge. Heute mit dem Film Funny Games. Challenge? Special ist das Wort. Hallo. Ich bin Luke. Das ist Joe. Hi. Der mir in mein wunderschön geplantes Intro reinplatzt. Das tut mir. Sehr leid. Nee, das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich hab mir nur gedacht, wie lange kann ich jetzt warten, bis die Zuhörer-Kommentare kommen und ich wollte eben so ein bisschen zuvor kommen. Das kannst du nicht verhindern. Wenn ich der Zuhörer wäre, dann könntest du es nicht verhindern. Wir sprechen heute über Funny Games. Ein deutscher, österreichischer deutscher Horrorfilm von Michael Haneke. Ich glaube, er ist österreichischer. Er ist Münchner. Michael Haneke hat den Film als Regisseur umgesetzt. Umgesetzt ist, glaube ich, das Verb, für das ich mich jetzt entschieden habe, statt Regisseuriert. Aha. Es ist auf jeden Fall im Gegensatz zu Regisseuriert ein tatsächliches Wort, ja. Ja. Bekannt für das Weiße Band. Ja. Zum Beispiel als Autor und vielleicht sogar Regisseur. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube schon, oder? Bestimmt. Ja. Ich glaube, ja. Auch als Regisseur. Das Weiße Band. Großartiger, großartiger Film. Fast genauso gruselig wie Funny Games, gibt es aber dazu gleich mehr. In den Hauptrollen Ulrich Mühe, Susanne Lothar und Arno Frisch. Natürlich noch viele andere. Frank Gehring zum Beispiel. Also es sind eigentlich die vier Hauptdarsteller. Mit arg viel mehr Schauspielern kommt der Film auch gar nicht eigentlich aus. Also mehr gibt es kaum. Um was geht es? Es geht um eine Familie, die in ihrem Ferienhaus irgendwo am Bodensee, glaube ich. Oder irgendwo am Bergsee. Ich glaube, es sah aus wie der Bodensee, aber es könnte auch einfach so ein Bergsee irgendwo sein. Ja, ja. Das glaube ich eher Bergsee. Ich glaube, es ist kleiner. Ja, ja. Also eine Familie irgendwo in ihrem Ferienhaus, an dem See auf jeden Fall mal. Ganz normalen deutschen Urlaub. Das heißt, man langweilt sich, man liest Bücher, man läuft irgendwie durch die Gegend, man isst ganz gut und plötzlich kommt ein junger Mann, kommen zwei junge Männer in Polohemden, also komplett weißer Kleidung. Nee, nicht mal komplett weißer Kleidung, in weißen Polohemden zur Tür und fragen die Ehe, die Mutter, glaube ich, zuerst. Die Mutter, ja. Die Mutter, ob sie ihnen denn Eier ausleihen könne. So fängt es an. Das ist richtig. Und der Film steigert sich langsam und jegliche, die Typen, ich glaube, es geht dann damit weiter, die Eier gehen irgendwie kaputt. Also es ist auch schon, er lässt sie fallen. Er lässt sie fallen, genau. Und dann fragt er erneut nach Eiern und das Ganze wird immer grenzüberschreitender und immer grenzüberschreitender und immer krasser und krasser und krasser. Und das Ganze kulminiert dann letztendlich und es steigert sich brutal und der Film baut eine unglaubliche Spannung dadurch auf, dass er eigentlich fast komplett, nee, dass er komplett ohne Musik irgendwie auskommt. Und das Sounddesign ist unglaublich leise und kompakt. Also man hört quasi nur Leute sprechen und natürlich, also wie das im echten Leben halt auch ist, man hat immer so Pausen, man hat irgendwie Atempausen, vor allem wenn dann so eine krasse Situation ist, dann wo man halt plötzlich einfach still ist, weil man nicht weiß, was man sagen soll, was einen irgendwie auch mitnimmt. Und deshalb durch diese bedrückende und aufwühlende Stimmung ist dieser Film einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme, wenn nicht sogar einer meiner Lieblingsfilme. Ja, also im Genre auf jeden Fall ist er in den Top 5. Okay. Wobei meine Top 5 natürlich, meine Top 5 ist halt immer so mindestens 20 Filme groß. Top 5 hört sich immer gut an, aber da sind halt immer viel zu viele Filme drin bei mir. Aber das ist ja auch okay, man muss das ja auch nicht, ich schweife ab. Joe, du hast den Film noch nicht gesehen. Ich hatte ihn noch nie gesehen. Ich hatte ihn schon länger mal vorzusehen, weil ich schon ein paar Mal davon gehört habe, aber ich hatte ihn bisher noch nicht gesehen. Das ist richtig. Wie fandest du ihn? Ja, und ich bin sehr froh, dass ich ihn jetzt gesehen habe. Ich fand ihn ziemlich, ziemlich gut. Ja, also ich, genau, also ich, es ist so, es ist lustig, weil, also, ich hätte, ich hätte... Lustig wäre nicht unbedingt das... Was? Egal. Ich sage, lustig wäre nicht unbedingt das Adjektiv, das ich diesem Film zuschreibe. Ich glaube auch die meisten, die meisten Wortwitze oder die meisten Puns, die ich in Reviews von diesem Film gesehen habe, those games weren't funny. Punkt. Ja. Ja. Nee. Also ich habe mir gedacht, ich hätte ganz gerne Michael Haneke mal gesehen, wie der das zu der Zeit aussah und wie der so drauf war, weil ich habe den immer als den, den etwa, den älteren Typ halt, der, der Amour oder Liebe gemacht hat, der den letzten Film, für den, glaube ich, sogar einen Oscar gewonnen hat oder so. Und habe ihn eher mit sowas immer in Verbindung gebracht. Und ich sage mal, Funny Games ist ja schon ein sehr, ein Film, der sich eher von einem Jugendlichen angefühlt, von einem Jugendlichen gemacht anfühlt. Ähm, angefangen mit, also, die Familie bei, die unsere, ja, Protagonisten sind, schwer zu sagen, wer jetzt der Protagonist ist, aber, ähm, die Familie ist ja super, ähm, na, was ist das Wort dafür? Also die sind sehr wohlhabend, sie sind sehr, ja, spießig, sage ich mal. Ähm, wir beginnen damit, dass wir, dass wir die im Auto sehen, wie sie Ratespiele mit klassischer Musik spielen. Stimmt, stimmt. Ah, ich erinnere mich. Genau, also wir fangen, der Film fängt damit an, dass wir die, wie sie mit ihrem Boot im Anhänger, zu ihrem riesigen Landhaus fahren, am See, und währenddessen, äh, klassische Musikratespiele im Auto spielen. Und, dann unterbricht der Film halt dieses klassische Musikratespiel, in dem der Film halt den härtesten Black Metal quasi spielt, wenn der Filmtitel reinkommt. Und, ich hab mir so gedacht, okay, Michael Haneke hasst seine Protagonisten, in dem Fall. Er hasst sie abgrundtief. Und, ja, das Gefühl hat sich über den Film nicht verändert. Also, hab ich mir so gedacht. Und, allgemein fand ich den Film, hat sich angefühlt, wie von einem sehr, sehr wütenden Filmemacher, sag ich mal. Weil, ja, auch die zwei Mörder, oder die zwei Folterer, wie auch immer man sie nennen will, immer wieder direkt in die Kamera schauen, oder auch mit dem Publikum direkt sprechen. Ähm, und quasi auch das Publikum zum Mittäter machen, weil, weil sie die ganze, weil sie dann so sagen, ähm, ja, dafür seid ihr doch hierher gekommen. Also, ihr seid doch hier, um diese Leute leiden zu sehen, um diese Leute sterben zu sehen. Ihr wisst ja, auf welchen Film ihr euch angelassen habt. So, ein Home Invasion Horror Film. Also, ihr seid gekommen, um zu sehen, wie diese Familie leidet. und ich habe so das Gefühl, Michael Haneke hasst mich dafür, dass ich diesen Film anschauen wollte. Dass ich, dass ich diese Art von... Du bist kritisiert er nicht dafür. Genau, genau, zumindest, er kritisiert mich dafür, oder er führt mir vor Augen, dass das vielleicht gar nicht so, naja, das ist, dass man zumindest mal drüber nachdenken kann, warum man das denn sehen möchte. Ja. Sagen wir es mal so. Ähm, und das, ja, das fand ich interessant, weil das ist nicht, nicht typisch. Und, äh, genau, also ich habe selten einen Film gesehen, wo ich das Gefühl hatte, ein Regisseur hat so viel Abneigung gegenüber seinen Protagonisten und dem Zuschauer dafür, dass er diesen Film gerade schauen will. Hast du aber noch nicht so viele Lars von Trier Filme gesehen? Eben. Noch ein Grund, warum ich nicht sicher bin, ob ich das Directed by Lars von Trier eine gute Idee finde, aber ich werde wohl durchmüssen. Ja. Genau, also, ich kann es ja auch, ich kann ja auch, äh, deine, deine Stelle einnehmen. Ich meine, dafür ist ja Directed by auch da, dass ich, ähm, ja, auch mal Regisseure zu sehen kriege, die ich sonst nicht so von mir aus schauen würde, sagen wir es mal so. Okay, wir schweifen ab. Gut, wir schweifen ab. Also, das war, das war so meine erste Reaktion zu Funny Games und, ähm, Okay. Ja, und der Film, also gerade dadurch, dass er so, so schlicht ist von der Machart und so weiter, fand ich das ziemlich effektiv. Ähm, wenn ich aber auch irgendwie verstehen kann, weil es gibt ja auch irgendwie, ich habe einen Haufen Reviews zu dem Film gesehen, wo Leute so sich beschwert haben, ey, passiert ja überhaupt nichts. In dem ganzen Film. Ich glaube nicht. aber es sind halt Idioten. Genau, ich glaube nicht, dass die Leute verstanden haben, was der Film ist. Über die, über die brauche ich mich auch gar nicht aufregen, das habe ich schon oft genug getan. Richtig, genau, ähm, aber ich, auch wenn es sicherlich witzig wäre, mir dabei zuzuhören. Ja, genau. Also, ich würde es tun. Also, aber, aber ich verstehe, wie man darauf kommt, weil der Film ist natürlich in vielen Stellen super langsam erzählt, super ruhig, super zurückhaltend, ähm, aber halt dadurch umso unangenehmer. Also, so ging es mir zumindest. gerade, also, es gibt, es passiert ziemlich früh in dem Film was ziemlich drastisches. Ja. Und, gerade danach gibt es so eine Sequenz, wo der Film, ich würde gerne die Minutenanzahl wissen, aber eine einzige Einstellung hält. Einfach nur bestimmt ein paar Minuten lang. Das, ich, ich, ich habe es damals, ich habe es damals gezählt. Ich glaube, es waren fünf Minuten. Okay. Oder vier oder so. Also, es ist wirklich, es fühlt sich auch wahnsinnig lang an. Ja, genau. Vielleicht ist es sogar mehr, ich weiß es gar nicht. Ja. Also, das ist noch nicht die krasseste Version davon, die ich gesehen habe, weil die krasseste Version davon fand ich, hast du A Ghost Story gesehen? Nee. Das ist ein Film, der kam, glaube ich, Anfang des Jahres oder so raus mit Casey Affleck und Rooney Mara und da gibt es eine Sequenz, wo Rooney Mara über acht Minuten oder so oder fast zehn Minuten einfach nur einen Kuchen isst. Aber okay, ich schweife ab. Krass. In einer einzigen Einstellung. Ja gut, die Victoria-Einstellung am Ende, wo sie heult, ist auch ziemlich, die hat sich auch so lang angefühlt. Ja. Auch sehr überzeugend. Ja. Genau, also. Ich liebe halt einfach Hyperrealismus. Ja. Dieser Film ist Hyperrealismus. Hundert Prozent. Ah, großartig. In aller seiner, also in allen seinen Facetten, weil ich meine, das ist ja, ich, ich, ich fand den Film von dem her ziemlich effektiv, weil er halt, es ist halt kein unterhaltsamer Horrorfilm, sagen wir es mal so. Es ist kein, auf keinen Fall. Und zwar absichtlich natürlich, also, sondern der macht halt den Schrecken und, und die Gewalt und so weiter halt extrem nachfühlbar, aber halt nicht auf eine, ja, so eine klassische. Ohne es groß zu zeigen eigentlich. Ja, ohne groß viel zu zeigen, aber halt, ja, ohne irgendwas zu zeigen. Also das Einzige, das fand ich dann das Lustige, also, das will ich überhaupt nicht spoilern, weil ich es ziemlich geil fand, aber es gibt dann gegen Ende, gibt es einen Teil, wo der Film erst was macht, was du eigentlich dir wünschst als Zuschauer und dann dir aber sagt, ja, nee, fuck you, ich bin, ich weiß, dass du das willst und genau deswegen machen wir das nicht. So. Ja. Wenn du weißt, was ich meine. Und das ist, ich weiß, was du weißt. Das fand ich ziemlich effektiv und das ist das Einzige, wo er mal Gewalt richtig offensichtlich zeigt, so, ne? Und, und dir dann eben den Moment, den du dir eigentlich wünschst, diesen, diesen Catharsis-Moment, diesen, ähm, positiven Gewaltmoment nimmt, sozusagen. Ja, ja. Ähm, und das fand ich, fand ich ziemlich effektiv. Ähm, das Einzige, was mir, glaube ich, an diesem Film so ein bisschen weniger gefallen hat, war so, ich, ich hab, ach, ich weiß, ich hör mich an wie, wie so ein Broken Record, der immer wieder dasselbe sagt, aber ich fand die Dialoge in dem Film sehr, sehr holprig. Einfach, weil es halt so sehr, super, absolut hochdeutsch, super, klinisch fast schon war, so wie die Leute miteinander gesprochen haben, was 100 Prozent Absicht war, aber, ja. Was halt für mich sehr unnatürlich gewirkt hat, so. Mhm. Aber, aber das ist, glaube ich, eher eine Kleinigkeit. Hast du, hast du das Remake gesehen, das amerikanische? Tatsächlich nicht. Okay, das würde mich interessieren. Aber ich hab gehört, dass es sehr gut sein soll. Ich hab gehört, dass es gut sein soll. Ja, genau. Nicht so gut wie das Original, aber das ist, dass man es angucken kann. Ja, also es ist Michael Haneke, ich meine, es ist ja auch von Michael Haneke. Genau, es ist ja von ihm und ich hab auch gehört, dass es eigentlich Shot for Shot, also, dass er eigentlich den Film exakt gleich gemacht hat, nur halt mit amerikanischen Darstellern. Also fast. Ja. Bemess ich ja, es gibt Unterschiede. Naomi Watts und Tim Roth. Wer ist es? Tim Roth? Ist es Tim Roth? Tim Roth, ja, und Naomi Watts. Ja, genau. Und die zwei Typen sind irgendwie Leute, die ich vorher noch nie gesehen hab. Michael Pitt und, äh, Ja, und nochmal irgendjemand, Brady Corbett, whatever. Sure. Ja. Genau, und sogar die Namen sind, sind übernommen. Ach, krass, okay. Halt eingeenglischt, Anna wird zu Anne, Georg wird zu George, Paul wird zu, naja, Paul, Peter zu Peter, und Shorsi wird zu Georgie. Äh, macht Sinn. Geil. Ja. Ja, genau, und also. Den muss ich auch noch irgendwann mal ansehen. Ja, da hätte ich jetzt richtig Bock, den mal so schnell wie möglich anzuschauen, einfach, weil mich der Vergleich dann interessiert. Ähm. Ja, weil halt, mich würde interessieren, ob die amerikanische Version, ob er dann, ob Michael Haneke dann eher dazu tendiert hat, eben mit mehr Budget und mehr, mehr technologischen Möglichkeiten, ob er dann, ob der, weil ich meine, die deutsche Version von Funny Games fühlt sich sehr unpoliert an, sehr, ähm, ja, sehr rau. Roh. Roh, roh, genau. Ja. definitiv. Das macht für mich auch einen, einen der Charmpunkte dieses Films aus. Ja. Es fühlt sich so an, als würden sie es irgendwie zum dritten Mal proben gerade. Ja. Und halt auch von der Technik her, ne, es fühlt sich nicht besonders, ähm, ja, von, also, ja, vom, vom Sounddesign und von der Kameraarbeit, es fühlt sich alles sehr, eher fast schon dokumentarisch an, weil es halt so wenig, ja, und das macht es, das macht für mich den Charme halt noch, noch ein bisschen größer. Total, das macht es halt so effektiv, ja. Also, wegen diesem Hyperrealismus, den du ja angesprochen hast, was halt, was das Ganze halt viel, fast schon Found Footage. Ja, genau, was es halt viel brutaler macht dadurch. Und, ähm, ja, und, ich meine, das Ende des Films ist natürlich, das Ende des Films ist ziemlich hart, aber, aber, aber ziemlich großartig, deswegen muss ich sagen. Also, das war vielleicht fast mein Lieblingsteil des ganzen Films. Aber, es ist halt natürlich super deprimierend, also, das ist auf jeden Fall ein Film, ähm, den man sich, glaube ich, nicht einfach mal so anschauen kann, äh, oder, 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 oder was ich nicht empfehlen würde, ist einfach mal, ja, ich hab jetzt Bock auf einen Horrorfilm, jetzt schau ich mir mal Funny Games an, ey. Ich hab den damals so angeschaut, aber das war auch in einer krassen, krassen Phase meiner Filmkarriere. Okay. Ich glaube, ich hab einen Serbian-Film kurz danach, oder kurz davor gesehen. Und, ähm, ja, also, ich hab irgendwie solche Filme einfach gesucht, die mich, die mich kaputt machen. Okay, du hattest eine masochistische Phase, oder was? Ja, ich weiß nicht, ob's masochistisch war, es war einfach so, ich brauch irgendwas, was mich mitnimmt. Okay. Auf die drastischste Art. Es war halt auch irgendwie, ja, es war halt auch irgendwie die Phase, wo ich dann so nach Performances gesucht hab, die ich ein bisschen auch, ähm, äh, als Inspiration nehmen kann, fürs Schauspielerische, weil ich da nicht wusste, wie es irgendwie weitergeht mit Schauspielerei, und ob ich an die Schauspielschule komme, oder ob das, ob ich das vielleicht mal weiter versuchen soll, da irgendwie mich ständig zu bewerben. Mhm. Und dann hab ich halt irgendwie nach Monologen und Performances gesucht, die mich da inspirieren können, und der war einer von denen. Okay. Gut, ich mein, Serbian Film, der war dann natürlich ein Reihenfall, was das angeht, aber der war vielleicht kein Reihenfall, was die, ähm, die Verstärkung des, des psychopathischen, ähm, der, der, der Darstellers in mir, ähm, angeht. Ja. Ja. Ja, das ist schon krass. Auf jeden Fall einer, einer der besseren, besseren Filme, die ich in der Phase gesehen hab, wenn die sogar der Beste. Ja. Ich fand's doch ziemlich, äh, ziemlich cool, äh, wie heißt der, Ulrich Mühe, oder? Ja. Genau. Ja. Hatte ich keine Ahnung, dass er in dem Film ist, aber fand ich, fand ich gut. Wusste ich vorher auch nicht. Ja. Aber da hat er tatsächlich, als ich den, glaube ich, das erste Mal gesehen hab, hab ich, nee, da hat er noch, da hat er nicht mehr gelebt, da war er schon, schon tot. Ja. Ja, ich fand's so lustig, weil wir ja in der, in einem der letzten Episoden, klassischen Episoden, Planet Film Geek, hatten wir ja das Leben der anderen als Challenge, das heißt, der war eh grad so auf meinem Radar, der Typ. Oh, hattet ihr als Challenge? Oh. Genau. Du, wir haben so viele Formate, sogar ich komm nicht mehr, immer mehr hinterher. Ja, ich mein, das war ja noch im alten Format, aber. Ah, okay, im alten. Genau. Okay. Da hattet ihr, ha. Genau, da haben wir. Das ist natürlich doof, weil der ist in der Top 250, ne. Aber werden wir nicht drum rum kommen, mal was zu doppeln einfach. Ja, sowieso. Ich mein, also um viele, es kommt ja einige Filme, die hier und da mal, also auch bei Directed By, logischerweise, dann sich mal mit Top 250. Schönen auf Nummer 57. Ich glaub, der bestbewertete deutsche Film auf IMDb. Macht Sinn, ne. Das Leben der anderen. Sorry, der Untergang ist garantiert auch irgendwo drin. Na, stimmt. Ja, nee, aber genau, also das war, wollte ich nur sagen, also war ich, war ich positiv überrascht, das, ja, ihn am Anfang zu sehen in einer ziemlich anderen Performance. Also, ja, ich weiß nicht, so, also er hat krasse Momente in dem Film, also er und Susanne Lothar, heißt der, genau, beide ziemlich krasse Momente, die sie, die sie darstellen müssen. Das war schon, also gerade dadurch, was es halt so reduziert ist, weil es so hyperrealistisch ist, schon krass. ähm, also durchweg ist die, ist die Performance der zwei, drei Opfer, einfach super, super. Ja, halt schwierig anzuschauen, aber, ja, das macht es, ja. Sehr theaterschauspielerisch, sehr klassisches Schauspieler, was die da machen, finde ich. Das war vielleicht auch der Teil, den ich dann so ein bisschen unnatürlich fand. gerade in dem Umgang mit dem Dialog und so weiter, aber da brauche ich mich nicht jedes Mal drüber beschweren. Ja, das ist halt, das ist halt, äh, subjektiv. Genau, absolut. Ähm, ja, also, war, war schon ein krasser Film, einen, den ich mir jetzt nicht in nächster Zeit nochmal anschauen muss, auch wenn ich gerade gesagt habe, ich muss mir das Remake jetzt, Remake jetzt baldmöglichst mal anschauen, das wird, ja, ist wahrscheinlich nicht minder deprimierend, aber, allein für den Vergleich möchte ich, möchte ich es schon mal sehen, aber, naja, es ist auf jeden Fall kein Film, den ich, also, deswegen, ich fand's jetzt, finde ich sehr gut, dass wir so sehr unterschiedliche, äh, Specials hier besprechen. Jetzt hatten wir mit Trick-or-Treat letzte, äh, gestern, so den Spaß-Horror-Film und das ist so das krasse, absolute Gegenteil davon. Ja. Schöner Kontrast auf jeden Fall, ja. Ja, ich, ähm, ich, es fehlt mir, also, so langsam gehen mir auch die krassen, Filme aus jetzt. Ich hab ja schon in den, in den, in den Challenges euch, äh, üble, üble Filme immer geschickt. Ähm, nicht nur, Frank war auch von dir. Nicht nur, das ist richtig. Frank, das war auch, ja, ja, ähm, 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 also, der gehört definitiv zu den krassesten Filmen, die ich kenne. Ja. Und, also, wenn man, das ist auch kein Film, den ich irgendwie uneingeschränkt empfehlen kann, einfach nur, weil man sich darüber im Klaren sein muss, dass der Film mit einem auch was machen kann, oder machen wird. Ja. Wenn man nicht komplett irgendwie soziopathisch veranlagt ist. Äh, und selbst dann? Ja, selbst dann. Ähm, von daher, äh, es ist ein Film, den, glaube ich, also, vielleicht passt er für mich jetzt, jetzt im Nachhinein drüber nachdenken, gar nicht so sehr in die Challenge, weil ich finde, den haben, glaube ich, die Leute, die den sehen sollten, die haben ihn schon gesehen. Oder sollten ihn wirklich schon, und, ja, also, wenn ihr, wenn ihr wirklich, wenn ihr, wenn ihr eine krasse, ähm, äh, einen krassen Denkanstoß haben wollt, und wirklich auch mitgenommen werden wollt von einem Film, dann ist das schon definitiv einer der, der Filme, die man sich ansehen sollte. Ja. Und, ähm. Es ist schon einer, würde ich sagen, den sollte man gesehen haben. Deswegen, ich finde, der passt schon in die, in die Specials hier. Ist halt, äh, eine ganz andere Richtung von Horrorfilmen. Ähm, also, wenn man jetzt gerade bei Halloween eher auf die Spaßhorrorrichtung aus ist, dann ist das wahrscheinlich, dann wartet man vielleicht bis nach Halloween. Ja. Aber, aber es ist ein, äh, ja, es ist ein Home-Invasion-Thriller der anderen Art. Ja. Der krasseren Art. Definitiv. und halt auch von, von, ja, ja, gerade wenn man gute deutsche Filme gesehen haben will. Ist übrigens österreichisch. Ich habe nochmal nachgeguckt. Gut, aber das macht Sinn. Also, die österreichischen Filme, tenden ja eh dazu noch so ein bisschen drastischer zu sein als deutsche Filme. Deswegen, das hat für mich schon Sinn gemacht. Ähm, deswegen. Also, er hat sich auch angefühlt wie ein österreichischer Film irgendwie. Ja, genau. Also, auch, auch wenn die, äh, die Schauspieler ja durchweg eigentlich Deutsche sind, oder? Außer der eine von den zwei Folterern, der hat schon einen starken österreichischen Einschlag im Dialekt. Stimmt, ja. Stimmt. Also unser Hauptfolterer. Definitiv. Der Arm. Hm, was will uns das sagen, wenn, äh, der Österreicher das, äh, spießige deutsche Pärchen ermordet? Hm. Ja. Vielleicht. Er hat auch, dunkle Haare. genau. Aber keinen Bart. Wapp, wapp, wapp. Ähm, und genau, was ich, was ich vorher noch sagen wollte, Frank Gehring, ähm, äh, der andere Folterer, der war in absolute Giganten dabei, daher kannte ich den noch, äh, absolute Giganten, einer der besten deutschen Filme überhaupt. Okay. Nie davon gehört. Den musst du dir auch unbedingt mal anschauen, Joe. Okay. Der, quasi der deutsche Coming-of-Age-Film. so, so ein bisschen, äh, äh, Breakfast Club, aber halt mit Alkohol. Ja, okay. Okay, okay. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine interessante, äh, äh, das macht den Film interessanter. Ja. Jetzt wurde es gesagt, als Breakfast Club meinst du? Breakfast Club ist definitiv einer meiner Lieblingsfilme, was Coming-of-Age angeht. Okay. Ja, ich meine, das war vielleicht ein falscher Vergnügen. Also er fühlt sich jetzt nicht an wie Breakfast Club. Okay. Es geht eher um, ähm, entfremdete junge Leute. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Die Koma saufen, um sich irgendwie aus ihrer Welt zu flüchten. Okay. Also, äh, kurz, kurz vor unserer Generation, also vielleicht eine halbe Generation vor unserer. Okay. Ja. Weißt du, was mir gerade noch zu Funny Games einfällt? Ja. Ich, äh, ne, weiß ich nicht. Ja, bitte sag's. Ähm, ne, weil ich gerade gedacht habe, also, der Film ist ziemlich beklemmend und ziemlich unangenehm, aber gruselig fand ich ihn jetzt kaum, außer, es gibt eine Sequenz, die so richtig klassisch, Horrorfilm-artig gruselig war, fand ich. Und das ist, wo der Junge quasi, Junge in ein anderes Haus flieht und wir wissen, einer von den beiden Tätern ist mit ihm in dem Haus. Aber wir wissen nicht, wo der Täter ist und da geht die Kamera so mit dem Jungen durch das Haus durch und ich als, äh, jemand, der so viele Horrorfilme gesehen hat, habe ich die ganze Zeit mit einem Jumpscare gerechnet. Mhm. Fand ich nur lustig. Also, weil das war die einzige Stelle, wo ich so richtig tatsächlich Grusel empfunden habe in dem Film. Sonst war es eben eher Beklemmung und Abscheu. Ja. Aber, genau, also es gibt tatsächlich eine so klassisch Horrorfilm-artige Sequenz in dem Film. Mhm. So. Ja. Jetzt habe ich aber, glaube ich, alles gesagt, was ich zu dem Film zu sagen hatte. Ja. Ich fühle mich gerade auch ein bisschen fehl am Platz mit meinen, mit meinen, äh, Horrorfilm-Stimmen, weil eigentlich zu dem passt es gar nicht mehr so, so sehr. Aber, muhaa. Aber, schaut euch diese Familie an, wie sie stirbt. Huhaa. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr Interesse habt, an der letzten Challenge, die, äh, der vorletzten. Joe mir. Die, die, die vorletzte. Ach ja, die letzte von mir. Du mir. Genau. Das stimmt. Die letzte, der letzte Film, den Joe vorgeschlagen hat, werdet ihr morgen hören in unserer Planet Film Geek Review. Juhu. Ich versuche es gerade, die Leute, die, die. Ja. Ja. Wir hören uns morgen wieder. Bitte. Schalt uns morgen wieder ein. Bitte. Wenn sie morgen nicht wieder einschalten, dann weiß ich nicht, was mein Partner mit ihnen machen wird. Dann muss ich ihnen die Beine brechen. Dann muss der Joe vorbeikommen und ihm die Beine brechen. Und sie wissen, der Joe macht das sehr äußerst ungern. Sie bringen ihn in Verlegenheit, wenn der Joe jetzt vorbeikommt und ihm die Beine bricht. Weil das macht er nicht gern. Das macht er nicht für jeden. Holy fuck. Das war gar nicht mehr schlecht, Mann. Das war, ich, ich, ich weiß. Danke, danke, danke. Ich habe mich gerade an den Film zurückgeändert, gefühlt. Aber okay, ja genau. Also hört morgen wieder rein, sonst breche ich euch die Beine. Das war die Message dieser Episode. Da habe ich dich geflashbackt. Retraumatisiert. Okay, wir hören uns morgen wieder und schon wieder Herr der Ringe Teil 3, drei verschiedene Verabschiedungen. Genau. Wir beenden die Episode. Wir kriegen sie hin. Bis dann. Bis morgen. Ciao. 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 Vielen Dank.